Ja, aber ich meine, mit den Coins, die ich jetzt so bekomme, in dieser Red Fest, wo ich das verkaufen nicht einmal einberechnet habe. Wow, das war... Ach so, traurig. Wie verkaufe ich die jetzt am besten? Mhm. Äh, jetzt wird es aufgeschmackt, dass wir jetzt auch... ...drei... ...weiß nicht wenig, wie wir... ...hier... ...hier... ...okay. Also, vielleicht erst mal... ...was ist das andere Schuss? Hier. Ja, ein Snowminion haben wir halt jetzt mehr, ja, wow. Scheiße, also. Boah. Du hast ein Snowminion mehr. Ja, wir haben...